Hallo und Willkommen zu einem neuen Lost Space Abenteuer. Heute sind wir in der verlassene Gaststätte mit Kegelbahnen. Und diese Kegelbahnen? Eine kleine schöne Kegelbahnen. Das Restaurant ist erst seit gut einem Jahr verlassen. Hier liegt eine Hauptstraße mit Nachbarn. Ich kann hier kein Licht mehr machen. Jetzt gehe ich mal weiter. Alles noch da, alles noch eingerichtet. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen an den Fenstern. Alles noch, die komplette Eingestimmung. Alles noch da. Ein schönes Restaurant. Hier sind die Paletten. Hier sind die Paletten. Hier sind die Schuhe. Wir müssen aufpassen direkt an die großen Fenstern. So dass die Kegelbahn besser ist. Hier sind wir rein gekommen. Ja, das Ding ist extrem heikel hier. Da brauche ich ein bisschen Schimmeln. Obwohl es aber nicht so lange leer steht. Achtung, bevor es die Kegel kommt. Alles nur da. Komplette Einrichtung. Das Ding hier. Schwamm. Das Ding hier. Das Ding hier. Da war vorher noch keiner hier. Guck mal Leute. Alles noch da. Alles noch ganz. Alles. Hier ist mit Sicherheit einer der ersten. Wenn nicht die ersten hier. So, ich muss die Lampe wieder ausmachen. So. Ich muss die Lampe wieder ausmachen. Wieso sind die denn jetzt da draußen? Was soll das denn jetzt werden? Was soll das denn jetzt machen? Ich glaube, das kann ich nicht mehr. Ich glaube, das kann ich nicht mehr. Soll ich die Hose. Das ist schon ein Wäckchen.